Liebe, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Bull of the Wiz. In der letzten Folge haben wir das zweite Ehrlicht bekommen, nee, das erste glaube ich, weil wir diesen Wassertypen gekillt haben. Und jetzt gucken wir mal kurz auf die Map und wir sehen, wir sollen Quallocks Weisheit an einen Moki geben. Denn Quallock ist ja leider gestorben bei seinem Versuch, also bei unserem Versuch, ihn zu retten. Und anscheinend war das noch der Nebenkreis. Ja, toll. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo wir hin müssen. Hier oben haben wir nochmal so eine Baumwächterin, die auch irgendwas von uns will. Da würde ich dann jetzt als erstes hingehen. Denn wir sollten ja irgendwie einen Baum für sie retten, aber hat nicht ganz funktioniert. Unter hellen Munden wachte ich über zahllose Bäume hier und sah, wie sie wuchsen. Nun sind die Nächte dunkel und ich wache über nichts. Nur das hier ist noch übrig, der einzige Samen meines letzten Baumes. Ich kann nicht zusehen, wie auch er dem Verfall zum Opfer fällt. Nimm dies als Dank für deine Hilfe, auch wenn sie zu spät kam. Ja, tut mir leid, ich gebe aber ja mein Bestes. So diesen Baumsamen können wir wieder in der Stadt abgeben, das ist auch ganz toll. Und mein nächster, es war schöne Musik hier. Und ich hoffe, hier geht es dann einfach weiter, weil hier bin ich anscheinend letztes Mal nicht weitergegangen. Ach so, stimmt, hier sind wir runtergefallen, weil wir verfolgt worden sind. Und dann kam das alles mit Kuro stirbt und wir brauchen jetzt diese ganzen Irrlichter, damit wir ihn retten können. Genau, ich erinnere mich. Hier hat uns, ich weiß gar nicht mehr, was uns überhaupt verfolgt hat. War das ein Vogel? Hat uns ein Vogel verfolgt, wie im ersten Teil? Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Futterstelle. Das klingt sehr gut. Ich habe die Befürchtung, wir sehen gleich wieder, was uns da angegriffen hatte. Stimmt, das war so ein Todesvogel. War das nicht irgendwie so? Ja, oder was ist denn das da hinten? Also das ist auf jeden Fall das Viech. Ja, das war so ein Todesvogel. Okay, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Nein, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich habe jetzt... Nein, ich habe nicht wirklich Lust, dass mich jetzt so ein Vogel wieder auffrisst. Lass mich gar nicht hören, da war gar nichts. Als ob der so gute Ohren hat. Also klar, er hat riesige Hörner, aber das sind ja nicht seine Ohren. Keiner da. Alles nah. Als ob er so schlau ist. Lass mich in Ruhe. Aber er sieht so geil aus, ne? Das Design von diesem Todesvogel ist 1A. Tippitoppi. Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen. Ich mag dich nicht, ich gehe einfach. Ah, scheiße, ich komme hier nirgends noch durch. Ja, lol. Warte, 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 warte. Aber ich habe schon gesehen, was ich machen soll. Ich soll nämlich da hoch. Weil hier bin ich safe. Er rafft gar nichts. Er ist nämlich dumm. Okay, das erinnert ein bisschen. Uh, nie. Das erinnert sehr... Moment, Moment. Hä? Das erinnert sehr an den finalen Kampf beim ersten Ori-Teil. Das ist halt einfach Puro mit so einem Ritterkostüm an. Oder nicht? Ah, ich kann mich hier hinter verstecken. Ach so. Weil er natürlich in der... Wir müssen ja hier im dreidimensionalen Raum denken. Und dementsprechend sieht er mich natürlich nicht, wenn ich mich hier hinter verstecke. Richtig schlau. Ja, hier ist nämlich keiner. Ori? Ich war kein kleiner Ori. Was soll denn eine Ori sein? I don't know. Wupp. Wupp. Nein, nein, nein. Lass mich da. Ultra viel Trial and Error. Wo muss ich denn hier als nächstes hin? Okay, jetzt guckt er gerade weg. Das ist meine Chance, meine Chance, meine Chance. Dann da rüber. So, hier bin ich auch erstmal safe. Okay, jetzt gucken wir erstmal, was er Tolles macht. Ein... Äh. Lass das. Das ist nicht nett. Wenn das richtig alles runterfällt, dann bin ich richtig am Arsch. Okay, ich muss da hoch. Und einfach ganz schnell weglaufen, ja? Okay, komm. Wir laufen ganz schnell weg. Wir laufen einfach ganz schnell weg. Nope. 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 Bye-bye. Bye-bye, Miss American Pie. Ich laufe weg, damit du mich nicht kriegst. Okay, das war auch richtig, richtig schlecht, wie ich da durchgekommen bin. Aber wir sind durchgekommen. Wir sind nur zehnmal gestorben oder so. Lol. Wie können wir Schäme im Sand sehen, Uri? Eins, zwei, die ist die Heimat der Gorlek. Ehe der Verfall, sie unter die Erde trieb. Ob ganz nieben so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können? Nein, wir müssen das Licht zurückbringen. Ich bin doch das Licht. Da, wo ich bin, da ist auch das Licht. Also alles... Ah! Ich wollte nicht runterfallen. Alles easy. So. Leben hier dann auch Leute? Das wäre richtig knorke, wenn hier... Ja, guck mal. Da lebt ja tatsächlich jemand. Oh, bin ich froh, dass hier Leute leben. Ich bin ja so froh, dass es dich gibt. Lieber kleiner Gustavsson. Du heißt doch Gustavsson, oder? Ich glaube zumindest, das war Gustavsson. Ja. Schlag ein, Gustavsson. Gustavsson, du bist mein Freund. Jetzt bist du zwar auch tot. Guck mal da. Habt ihr gesehen? Da war so ein komischer Wurm. Alter, wir werden auch so ein Wurm... Ah! Sorry. Wir werden auch einfach so ein Wurm sein. Oh, ich freue mich drauf. Ich will sowas von so ein Wurm sein. Oh, können wir die benutzen? Komm mal her. Kann ich dich als Torpedo benutzen? Das wäre... Nein. Achso, ich habe zur letzten Folge, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, auch noch ein paar Verbesserungen mir geholt. Zum Beispiel könnte ich, wenn ich wollen würde, hier ist eine Schaufel, einen Dreifachsprung machen. Möchte ich aber nicht, weil finde ich doof. Und ich kann unter Wasser jetzt atmen, das ist auch sehr schön. Hätte ich mir mal vor dem letzten Boss kaufen sollen, to be honest. Aber besser spät als nie, nicht wahr? Es war ein bisschen zu spät, aber ja. Passt schon. Ah, und ansonsten... Oh, von denen kann man nicht abspringen. Das ist ja gemein. Wie soll ich denn da hochkommen, wenn ich nicht von dir abspringen kann? Das ist ja echt fies. Muss ich wieder meine Tricks hier anwenden. Und ich habe noch ein paar Sachen in der City der Quollocks aufgebaut. Also da haben jetzt mehrere Quollocks noch neue... Oh, okay. Den kann man gar nicht angreifen. Das ist ja witzig. Der ist einfach gepanzert. Und ein paar Quollocks haben da jetzt Häuser bekommen. Und die freuen sich jetzt ganz doll und ich bin deren Held. Und ja, soviel zu den Updates zur letzten Folge. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt mal wieder hin, dass ich mehr als eine Folge die Woche mache. Wäre das nicht toll? Also so alle zwei Tage... Oh, hier kam man runter. Wäre doch eigentlich eine gute Zeiteinheit, oder? Alle zwei Tage. Momentan kriege ich das einfach nicht hin, jeden Tag ein Video zu machen. Weil ich anderen Kram mache. Ich bin halt einfach pleite und muss auch irgendwie Geld verdienen. Und YouTube bringt mir leider kein Geld ein. Ja, komisch, ne? Dass YouTube mir kein Geld einbringt. Und dann spiele ich auch noch so Spiele wie Ori, die keiner guckt. Die noch weniger Geld einbringt. Yay! Äh, was ist denn da? Auf ein Wort? Nein, nein, keine Sorge. Ich bin dem Vervollen gekommen, der von so vielen meines Volksbesitz ergriffen hat. Aber es gibt ein Problem. Du, du hast nicht zufällig etwas Wasser, oder? Ich fürchte, meine Feldflasche ist bei einem Sturz kaputt gegangen. Hol ich dir ja kein Ding, kleiner Minerbeider. Guck mal, aber es gibt die auch in Nett. Also die haben uns ja bisher immer doof angegriffen, aber es gibt die auch in Nett. Das ist ja schon mal positiv. Wir kriegen hier jetzt wahrscheinlich die Fähigkeit, durch Sand durchzudaschen. Das wird richtig toll. Geisterbaum, gib mir deine Macht! Das wird das Equivalent sein, genau, zu dem, was man im Wasser machen konnte. Hey, ja, mega cool! Und man kann hier sogar Sachen einsammeln. Was kann ich... Oh, man kann schneller füllen. Okay, ja, ja. Okay, das finde ich sehr, sehr cool. Haben die Entwickler sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, das ist schon so cool im Wasser. Dann kann man das auch einfach im Sand nochmal machen. Sand ist ja eigentlich nur Wasser von der Erde, so, weißt? Also Sand ist flüssiges Gestein. Wenn man das... Also nicht so ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Damit kommen wir jetzt natürlich ultra weiter. Na dann, let's go zum neuen Ufer. Ne, ne, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da oben hin. Hallo, wie uncool ist das denn jetzt? Wow, ich sterbe einfach. Ja, hier. Das geht doch. Hä, geht doch einfach durch. Hä, ich raff das gerade nicht, warte mal. Also man hat hier... Man kann immer... Da ist immer so ein blaues Ding, aber er macht das einfach nicht. Das verstehe ich nicht, Leute. Hä? Oder drücke ich die falsche Taste? Oh, ich drücke die falsche Taste nicht im Kopf. Ah, ja, okay. Wenn man die richtige Taste drückt, dann funktioniert das auch. Leute, drückt immer die richtigen Tasten in eurem Spielen. Dann sind die nämlich einfacher. What? Ja, du musst mit der rechten Taste agieren. Genau. Die rechte, nicht die linke. Ich weiß, du magst rechts nicht so, aber manchmal musst du halt die rechte Taste benutzen. Bam! Okay, das war nicht so schlau, aber egal. Noch leben wir. Vor allem, man kann in diesem Sand nicht stoppen. Das heißt, man muss immer, immer geradeaus. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wie im Leben. Auch wenn man stoppen will. Es geht immer weiter. Wow! Ach so, kann man die Dinger auch benutzen? Ach, die kann man so als Sprungbrett benutzen. Jetzt traf ich einiges. Jetzt ist einmal ein Skill gefragt, ob ich es jemals hinbekomme. So, und dann richtige Taste drücken. Oh, Alter. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinbekomme. Wenn das wirklich so geplant war, dann Respekt an mich, dass ich das hinbekommen habe. Und auch wenn das nicht so geplant war, auch Respekt an mich. Schreibt jetzt F in den Chat, um mir Respekt zu zollen. Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Nein, jetzt bin ich wieder unten. Mann! Beim zweiten Mal ist das natürlich nicht mehr so krass, wenn wir uns nochmal hinbekommen. So, ich wollte aber das Ding hier gerne haben. Danke. Tschüss, ich gehe jetzt auf die andere Seite. Ich drücke immer die falsche fucking Taste. Wie? Man muss links drücken, damit man sich so komisch abstoßen kann. Aber. Lol, jetzt zeige ich das jetzt an. Aber die rechte Taste drücken, um durchs fucking Sand zu kommen. Das ist doch bescheuert. Jetzt mal ganz ohne Witz. Das sieht mir aus wie ein Aztekental. Kann ich da jetzt einfach schon rein? Der Weg öffnet sich erst, wenn das Herz weiß, dass du das sicher bist. Vier Ehrlichter müssen sich versammeln, um das Tor aufzuschließen. Was für Ehrlichter! Was für Ehrlichter! Was für Ehrlichter! Oh mein Gott, ich muss hier noch gar nicht sein, oder was? Toll, also können wir hier gar nichts machen. Wir müssen im Wald vor allem. Hier ist ja nirgends wo Wald. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich bin hier total falsch. War die ganze Folge umsonst. Ja, geil. Und ich darf da vor allem später einfach nochmal hoch, weil das ja jetzt hier anscheinend falsch war. Geil, danke, dass ihr mir das auch nicht vorher sagt. Lol! Ich muss das dann später nochmal machen. Warum war da oben jetzt kein Speicherpunkt? Oh, ich hätte hier oben vielleicht nochmal gucken können. Das sieht mir aus wie Sand. Ja, egal. Nochmal gehe ich da nicht hoch. Ja, stattdessen gehen wir nochmal in den Wald zurück, ne? Hier sind ja auch noch ein paar Abzweigungen. Vielleicht ist da irgendwo was versteckt. Also, back in the world. In the world. Und hier ist doch gleich schon irgendwas zum Durchschrubbeln. Durchschrubbeln ist eigentlich immer gut, weil Durchschrubbeln bedeutet, hier geht's eventuell weiter. Geht's denn hier weiter? Hier geht's nicht weiter, aber es gab zumindest ein paar nette gelbe Sachen. Und gelbe Sachen bedeuten Lebensfreude. Und Lebensfreude ist sehr, sehr gut. Hier kann man sich aber noch weiter schrubbeln. Und weiter schrubbeln bedeutet, auch hier ist gut. Ach, hätten wir sonst gar nicht an den Typen vorbeikommen können? Guck mal, der ist jetzt wieder da. Boah, meint ihr, er hat das Herz des Waldes? Das wär wild, oder? Wenn Kuro 2.0 einfach das Herz des Waldes hätte. Und das vielleicht gerade frisst oder so. So, äh, okay. Dann meine nächste Idee wäre, hier Tok hat erzählt, dass irgendwas vergraben sein soll. Ich hätte ihm vielleicht einfach mal zuhören sollen, weil er sagt so, Ja, dieser trockene Wind ist einfach schrecklich für meine Federn. Hast du schon was gefunden? Okay, er hat mir aber erzählt, glaube ich, ich hab nicht ganz genau dazugehört, äh, er hat, wir sehen ja da im Hintergrund, ja, dieses Ei. Das ist wahrscheinlich der Dungeon, wo wir dieses Herz brauchen, wo wir eben schon waren, irrtümlicherweise. Und er meinte aber irgendwas von wegen, wo eine Schaufel ist, da sollte man graben. Und diesem Tipp gehe ich jetzt einfach mal nach. Ich hatte auch schon eine Schaufel gesehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo das war. Okay, wisst ihr was? Ich mach jetzt hier dieses komische Rätsel, auch wenn ich nicht weiß, wie man da überhaupt hochkommen soll. Ich werd mir hier jetzt einfach, äh, ich werd mich da jetzt einfach hochdamage boosten. I don't give a fucking shit. Let's fucking go, 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 go. Toll, hier ist einfach gar nichts oben. Hier ist einfach so eine blöde Rolle oben. Was soll das denn? Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Ja, toll, das will ja auf jeden Fall jeder, dass Feinde wieder schneller zum Leben erweckt werden. Ich bin gar nicht salty, ihr seid salty. Mann, hä, ich versteh nicht, wo diese Schaufel war. Ich hab ne Schaufel gesehen, aber ich hab gar keinen Plan, wo sie sein soll. Das nervt mich richtig. Ich war überall. Seriously, ich war überall. Wo ist diese Kack-Schaufel? Ich dachte halt hier, da vielleicht, oder da, oder vielleicht ja auch da, aber nö, die ist ja nirgendwo. Hier unten war sie auch nicht. Hier kann man noch hin, aber konnte ich auch nicht hingehen. Da ist sie nicht. Die ist einfach nirgendwo. Wo war diese Schaufel? Eine Ewigkeit später. Da ist die fucking Schaufel. Oh mein Gott. Okay, Leute, wenn ihr auch Probleme habt, die zu finden, keine Ahnung warum, die ist hier. Da, da. Man kommt überhaupt nicht drauf, wenn man sich die Karte anguckt. Und da wurde es diese fucking Schaufel. So und hier soll ich graben. Und hier ist ja mal gar nichts. Oder was ist doch da? Ein unheimlicher Edelstein. Ja, toll. Ja, was ist das für ein Edelstein? Sieht mir ein bisschen ungeschliffen aus. Zeig das lieber mal, denn wir exerten. Leute, ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkommen soll. Wo ist das Herz des Waldes? Es gibt keine Anzeichen dafür, dass hier irgendwo dieses fucking Herz ist. Okay, wait. Also wir müssen das Herz des Waldes finden, damit wir in die Wanderdün reinkommen. Das Herz des Waldes ist doch garantiert dieses komische Ding, was ich schon die ganze Zeit versuche. Nämlich dieser Baum hier. Und dafür soll ich die Irrlichter in Baurisspitze finden. Baurisspitze ist meines Wissens das hier. Schimmelwaldtiefen. Das war, glaube ich, die Spinne, wenn euch nicht alles irrt. Und Luma sehen, da haben wir Qualloc getötet. Das heißt, wir müssen hier oben hin. Oder was? Oder wie oder wo oder was? Also ich meine, ich habe hier genau so eine würzige Moormuschelsuppe bekommen von irgend so einem Moki oder so. Der hat mir eine Suppe gegeben. Damit kann man einen frostigen Moki aufwärmen. Toll. Habe ich auch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich wüsste zum Beispiel noch von irgend so einem Bären, der hier oben wohnt. Okay, vielleicht sollen wir wirklich dem die Suppe geben. Das fände ich richtig komisch, aber von mir aus. Hallo. Hallo, ich würde gerne Suppe geben. Hallo, ich würde gerne Suppe geben. Nein, hallo. Ich kann ja nicht mit ihm agieren. Drei Tage später. Meine, was, wie soll man denn auf sowas kommen? Ich habe mit diesem komischen Moki hier gerade gesprochen am Anfang des Moki-Dorfes und er sagt mir einfach so, ja guck mal, da oben ist dieser komische Bär, der schläft da und jetzt sagt er mir, tja, also wenn ich Winterschlaf halten würde, dann kommt mein Freund immer mit einer Schäfeder an und kitzelt mich. Haha, und dann konnte ich gar keinen Winterschlaf halten. Mann, oh Mann. Wow. Aber es wird nirgendwo angezeigt. Ja gut, da wäre ich auch niemals von selber drauf gekommen, dass ich mit meiner blöden Feder, die ich anscheinend habe, bei dem irgendwas machen kann. Also wenn das jetzt die Lösung ist, dass ich da oben hinkomme, what the fuck? Einfach nur, what the fuck? Wie soll man darauf kommen? Ohne Witz, ich bin sicher, diese Folge geht gerade mal 20 Minuten oder so, aber ich nehme schon seit eineinhalb Stunden auf, weil ich einfach ein Vollidiot bin. Jedes Mal. Immer bin ich voll der Vollidiot. Mann. Das heißt, ich muss hier in diesem komischen Rad diese blöde Feder ausrüsten, ja? Ist das dein Ernst? Ich muss diese blöde Feder ausrüsten und mit dieser blöden Feder beimen... Oh mein, ist das... Das ist doch nicht... Das kann doch nicht. Ist das dumm. Da wäre ich niemals drauf gekommen, meine Feder hier zu benutzen. Das hat mir jetzt einfach nur dieser eine Moki da gesagt. Und er hat so doll genießt, dass er den Weg hier freigemacht hat. Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein... Okay, wir sind im neuen Gebiet, Leute. Wir sind im neuen Gebiet. Wir können uns beim nächsten Mal... Oh mein Gott, hat der ein riesiges Avatar-Ding hier. Wir können uns beim nächsten Mal dieses ganze Gebiet angucken auf dem höchsten Berg. Wir haben uns jetzt schon die Büste angeguckt, obwohl wir da anscheinend noch gar nicht sein sollten. Auch nicht schlecht. Und ja, wie Baurisspitze dann aussieht. Ich habe den Berg hier schon erklommen. Seht ihr ja gerade. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich geht das da ein bisschen schneller. Auf jeden Fall bis dahin. Und tschüss.